Hallihallo! So, wir haben es draußen, dunkel. Der zweite Tag neigt sich dem Ende zu und ja, wir können eigentlich alle davon reden, dass der Tag echt super war. Ihr könnt das alles bald auf unserem Kanal sehen, denn lieber heute sonneln, das war mega erfolgreich. Ansonsten hat ja auch alles geklappt. Ich habe Kuchen gebacken und habe ein Video für euch gemacht und wir waren jetzt eben gerade unterwegs auf PU bei den Slaven und ja, wir hätten niemals damit gerechnet mit dem, was dort wieder so passiert ist und wir sind jetzt auch noch geflasht. Im Hintergrund seht ihr auch, denn die ist schon am Überspielen der Dateien, weil wir direkt mal reinhören möchten, weil es einfach echt krass war. Ja, es sind Dinge passiert, mit denen wir einfach dort auch gar nicht zugerechnet haben und umso spannender ist es natürlich. Ja und ihr werdet das bald sehen, aber es dauert leider noch ein bisschen, weil wir die richtige Auswertung und das Video erst zu Hause machen können. Ja, das war unser Tag 2 und ja, mal gucken, wie morgen wird. So, ich habe es immer noch die Idee gehabt. Also, ich habe das also 185-190-190-20123-190-20123-190-20461-190-2003143-199155-190-20133-190-2003190-20042003-190-204196-2004-20051005-2007.155-20072004-2003190-190-204202-0007000 Spregen,